Der SPD-Europapolitiker Matthias Ecke ist im Dresdner Stadtteil Striesen von Unbekannten überfallen worden. Der 41-Jährige erlitt dabei laut Polizeiangaben so schwere Verletzungen, dass er ins Krankenhaus angeliefert werden musste. Der Angriff geschah, als der Politiker Wahlplakate aufhängen wollte. Auch ein Grünen-Politiker wurde offenbar Opfer der Attacken. Der 28-Jährige konnte aber nach ambulanter Behandlung durch herab beigerufene Rettungskräfte nach Hause gehen. Mein Kollege Nils Bula in Leipzig hat die Lage im Blick. Was genau hat sich denn zugetragen? Wer waren die Angreifer? Ja, was wir bisher wissen von der Polizei ist, dass es sich da um vier Männer gehandelt haben, sondern um vier Personen, um vier dunkel gekleidete, vermummte Personen, die das Wahlkampfteam um den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke angegriffen haben. Matthias Ecke hat dabei schwere Verletzungen erlitten, musste im Krankenhaus behandelt werden, hat mehrere Knochenbrüche davon getragen. Und du hast es auch schon erwähnt, in diesem Umfeld wurden da noch zwei weitere Wahlkampfteams angegriffen, und zwar von den Grünen, die ebenfalls Plakate aufgehangen haben. Und dabei wurde auch ein Grünen-Politiker angegriffen, wurde dort auch geschlagen, hat aber offenbar nicht so schwere Verletzungen davon getragen wie Matthias Ecke von der SPD. Das Ganze geschah im Stadtteil Strießen in Dresden. Das ist eigentlich ein sehr bürgerliches Viertel, wo auch viele junge Familien und auch Studenten leben. Gibt es schon Reaktionen aus der Politik? Die gibt es. Da hat sich zum einen natürlich die SPD zu Wort gemeldet und hat davon gesprochen, dass es ein Angriff auf die Grundfesten der Demokratie ist. Das hat da auch der AfD eine Mitschuld gegeben, hat gesagt, dass da immer wieder, ja, sozusagen, dass die AfD da auch eine Saat gesät hat, dass mittlerweile deren Anhänger auch völlig enthemmt sind und das dazu beiträgt, dass es eben solche Attacken gibt. Und es gibt auch eine Reaktion vom sächsischen Innenminister Armin Schuster von der CDU, der gesagt hat, dass diese Angriffe leider nicht neu sind und absolut beunruhigend sei es mit der Intensität, mit der sie mittlerweile geschehen und dass sich solche Attacken auch aktuell häufen und dass es deshalb auf verstärkten Schutz gebe von Amts- und Mandatsträgern, dass sich damit das Innenministerium auch auseinandersetzt. Da deutet das Innenministerium ja an, dass sich die Zahl der Angriffe erhöht hat oder die Intensität verschärft hat. Wie war denn in letzter Zeit die Entwicklung bei Angriffen auf Politikerinnen und Politiker in Sachsen? Na, mir liegen Zahlen vor bundesweit und da ist zu sehen, dass 2023 es vor allem, wenn wir jetzt von Angriffen auf Mandatsträger sprechen, dass da die Grünen sehr stark betroffen sind, allen voran und danach mit sehr großem Abstand kommt dann erst die AfD und die anderen Parteien. Und im vergangenen Jahr wurden da über 2000 Angriffe auf Repräsentanten gezählt. Du deutest es an, es gibt also Angriffe auch auf andere Parteien oder stehen tatsächlich Grüne und SPD, die Ampelparteien, im Fokus? Na, besonders stark betroffen sind eben die Grünen, aber natürlich sind letztendlich alle Parteien davon betroffen. Und auch die AfD, da gibt es auch immer wieder Angriffe, nicht nur auf Repräsentanten, auch beispielsweise auf die Wahlkreisbüros natürlich. Du hast es gerade gesagt, die Reaktion des Innenministeriums deutete an, dass eine Verstärkung von Polizeikräften stattfinden soll. Dieses Jahr ist Europawahl und auch später im Jahr die Landtagswahl in Sachsen. Lässt sich das noch mehr konkretisieren? Was hat das Innenministerium vor, um Politikerinnen und Politiker demokratischer Parteien zu schützen? Na ja, die Wahlkampfveranstaltungen, man muss da natürlich differenzieren. Die Wahlkampfveranstaltungen, die wären schon stark geschützt. Aber hier jetzt die Vorfälle, die sich ereignet haben, die sind ja beim Wahlplakateaufhängen passiert. Da muss man wissen, dass die Parteien natürlich da auch oft mit kleineren Teams unterwegs sind, weil sie selbst oft nicht genügend Kräfte haben und da jetzt dann nicht mit zehn Mann irgendwie losziehen können, wenn sie Wahlplakate aufhängen wollen. Und die kann man natürlich dann auch nicht alle polizeilich schützen. Das heißt, da können sie sich so natürlich dann immer einem Risiko aussetzen. Die SPD selbst hat jetzt aber auch angekündigt, dass sie nur noch hier in Sachsen am helllichten Tag Plakate aufhängen will und nicht mehr in der Dunkelheit.